Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir reden nicht mehr von Schließung, von Steckenstille, wir reden von Reaktivierungen. Und ich darf alle nur herzlichst immer wieder appellieren, ab dann das Angebot anzunehmen. Züge werden nicht so voll sein wie heute an jedem Tag, da gehen wir nicht von aus. Aber es wäre aus Sicht des Nachbarkeitsweckverwandels schon schön, wenn sie doch relativ gut gefüllt sind. Und man wird, wie gesagt, das Angebot wird von der Region auch wirklich angemacht. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass Köln hat jetzt endlich den Anschluss wieder ganz in schmerzlichen Sauerland. Also die Kölner wirklich stolz und froh sein. Herr Thomas Genke, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich möchte Sie natürlich alle hier in Kirschbe herzlich begrüßen zur Eröffnung, oder man muss ja eigentlich sagen Wiedereröffnung des Bahnhofes. Und ich halte das für einen besonderen Anlass. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie alle gekommen sind. Ich persönlich werde zukünftig verstärkt, diese Infrastruktur, diese Verfügung nach Hagen nutzen und mich nicht mehr morgens in der Auto, in der Pfinghofer Straße, in der Autobahn treten. Und ich halte das für einen besonderen Anlass.